Holy fuck Boah, wie ist es so komisch, ich habe so weiche Knie Boah, ist das eklig Alter Ich bin dein im Thema Ich bin ein Wichtierver Month Ich bin dein Fre when it gets into and realize Dann greif dich gleich an Was machst du? Da kann das ganz dick noch nicht schneiden. So, haben wir einen pinken Roller? Ja. Geht den Krieger an. So, schauen wir. Voll mies. Linksverkehr. Okay, let's go. Zwischen Shop und Nirgendwo. Jetzt haben wir gleich den Dschungel. Jetzt haben wir uns noch was zu essen geholt. Ach, ähm, zu trinken. Wir haben noch keine. Und? So. Jetzt wird erstmal in der Winde versorgt hier. Denn die scheiß Schuhe von unseren Blasen. So. Ne, denn hier weiter. Ah. Natural Pool. Okay. Das werden wir mal sehen. Ja, jetzt. So, nochmal. Ich hab's eben nicht hinbekommen aufzunehmen. Also. Wir gehen jetzt zu so natürlichen Wasserfällen. Das ist voll das Abenteuer. Allein der Weg hier runter. Hier ist so mega der Wasserfang. Guck mal. Das ist voll der Dschungel. Momentan, Jungs, das ist da rein. Oh, da fiegt man was Schmetterling. Oh mein Gott, das ist so heiß. Ich bin so am ölen überall. Und wir sind da im Pool. Ja, gleich kennst du dich aussehen. So, Mutprobe. Der einzige, der reingeht. Noch ein paar Leute. Garnisch! Schau auf! Ja? Tief? Der Kandy Rouge marotzt normalerweise an großen Fischen und sorgt Blut an ihren Kiemen. Manchmal allerdings unterläuft ihm ein Fehler. Es ist eine der bekanntesten Legenden hier. Ein Mann uriniert in den Fluss und dabei schwimmt ein Fisch in seine Harnröhre. Meine Damen und Herren, wir haben hier ein Problem. Augenblick bitte. Echt? Echt ganz. Echt? 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 Wir sind gerade auf dem Weg zu so einem Wasserfall. Wir waren hier eben in diesem Naturpool. Und jetzt mal schauen, wo wir ankommen. Wie sieht es schon mega aus? Ja, das Problem ist, es ist mega bewölbt und wenn es regnet, haben wir ein Problem. Mal schauen. Oh mein Gott. Wir gehen nicht weiter. Wir waren heute zum Wasserfall. Und ich glaube es hat sich erledigt. Wir haben hier einen kleinen Freund. Und da ist hier haltbar. Keiner durchgegangen. Oh mein Gott. Ich will jetzt nicht in irgendeine andere Scheiße hier treten. Oh mein Gott. Das sieht so gefährlich aus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So, wir fahren jetzt weiter. Wir waren eben im Dschungel am Wasserfall. Morgen geht es weiter. Teil 2. Und dann gehen wir zu den Secret Guns. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018